Symbolgröße, rotierend, präsent, persistent und hier oben. Aha, können wir die Symbole ein- und diese Symbole hier. Hallo, redest du nichts? Ich weiß nicht, wie lange das geht. Wahrscheinlich muss man diemals auch ruhig halten. Ruhig halten. Hallo? Sag doch mal was. Ich weiß, dass du es sagst. Ah, wahrscheinlich muss man das in Optionen noch häufiger stellen. Da kann man nämlich irgendwo... Sound... Da selten. Machen wir mal auf häufig. Sag jetzt, komm. Ah, voll langweilig. Das sind noch recht lustige Kommentare dabei. Aber irgendwie will er gerade nicht. Oh, der ist ja einfach... Ah, jetzt. Hm, könnte in der Zwischenzeit einen Systemcheck durchführen. Oder ein Ölbad nehmen. Ein Ölbad. Ja, ist ja schon gut. Einst sagte er, ähm, und das ohne Linux. Also Linux ist ja das Betriebssystem für eher so Techniker und so. Und der hat das ein bisschen unter die Schippe genommen. Wunderbar, ich danke euch. Der alte Pardon-Hunter wird sehr zufrieden sein. Auftrag ausgeführt. Auftrag ausgeführt. Und hier können wir auch noch abgeben. Da bist du ja, Freund. Und du hast die Teile, wie ich sehe. Grossartig. Zeig mal her. Wenn man das hier reinsteckt und da den Riegel umlegt, kann man hier das Band festziehen und dann die Lasche hier drum. Perfekt. Bitte sehr. Du kannst es besser brauchen als jeder andere. Wahrscheinlich passt es auch nicht zu einem anderen Charakter. Haha. So. Chance auf Vereisen. Das wäre nicht schlecht, aber ist nicht zu stark. Eine explosive Flüssigkeit. können wir mal austesten. Okay. Sonst nichts Gescheites. Ähm, da auf dem Amulet, äh, auf dem Ring gab es Zauberintenzität. Das macht, äh, das, ja. Das zeigt an, wie stark die Gegner eigentlich Treffen, also, ja. Wie vollumfänglich ist sie Treffen und den maximalen Schaden machen. Je mehr Zauberintenzität wir haben. Aber wir haben keine, also wir setzen keine Zauberein. Dann ist das nichts für uns. Okay. Eine grüne Flüssigkeit. Ja, Treffen ist Kunst. Ah, so einen Charakter könnten wir ja richtig mal machen. Ich weiss nicht, auf was das funktioniert. Ah, Fankämpfer. Hey, wir könnten mal wirklich eine Triade machen, die rein auf diese Fläschchen geskillt ist. Hoffentlich geht er nach Multipfeil. Das wäre noch richtig geil. Haha. Ab für uns ist das jetzt nicht vonnöten. Ach, mein Bruder schickt euch. Oh, er hat eine Köder für mich gefangen. Ein Tempelwächter erfüllt seine Missionen immer. Genau. Wir sind da Tempelwächter Terminator. Ich kann immer mal den Skill aktiv einsetzen. Sodele. Ähm, 52 bis 66 Jahren. Alles physisch noch. Später können wir noch einen extra Element wahrscheinlich durch die Waffe, das wir erreichen. Okay, gehen wir nach, ähm, wie heisst das jetzt? Schlehenfurt. Eine simple Batterie. Haben wir auch nicht nötig. Jo, wollen Hightech. Findet den verrückten Mager, der das Mädchen entführt hat. Okay. Können wir hier mal ins Haus reingehen. Wenn es nichts geschieht ist. Ja, die Kisse kann man nicht aufmachen. Oh, der Apfelbaum. Aber so, dass ich es sehen kann. Sehr detailliert. Leider 2D-Früchte. Ja, die Hühner kann man leider hier nicht kicken. Aber hier ist eine Kiste. Ja, nehmen wir den mit. So. Ja, hier ist eine verletzt. Meine Soldaten wurden von skrupellosen Piraten gefangen. Bitte befreie meine Kameraden. Und hier, wir sind dir zu Dank verpflichtet und ich werde dich begleiten. Da ich noch neu bei der Armee bin, überlasse ich dir die Führung. Daher sag mir bitte auch. Soll ich mit dem Schwert gegen unsere Gegner vorgehen? Ansonsten nehme ich den Bogen. Wir nehmen den Bogen, weil sonst bekommt er einfach viel zu viel Schaden. Weil wenn er stirbt, ja, dann ist er halt tot. Aber die Quest ist nicht, glaube ich, beendet wegen dem. Ja, hier können wir noch ein Kind retten. Findet meinen Sohn und bringt ihn sicher hierher. Und wenn wir die Quest machen, bekommen wir den Runenmeister. Der kann unsere Runen umtauschen oder auch Kombos machen. Die Zeit ist fortgeschritten. Es gibt noch etwas zu erledigen. Ähm, kommst du bitte runter, ich muss mit dir handeln. Hallo. Ach, komm schon. So. Ähm, Rüstungen. Nö, nichts Gescheites. Schade. Andere von uns begehren dagegen auf. Nun, wollt ihr mich hier über mitbekommen? Nun, gut. Ähm. Ich kenne dieses Wort einfach nicht. Hier oben hat es ein Portal. Schneller Reisepunkt. Und ein weiterer Runenstein. Das sind unsere Wider. Also wenn wir gestorben sind oder ins Game zurückkehren. Spawnen wir hier. Wenn wir haben, aber wir haben erst eins gefunden. Also haben wir auch nur eine Auswahlmöglichkeit. Hier haben wir noch ein paar Quests. Findet die Diebe und bringt mir den Brusthahn nicht, das Schwert und das Schild meines Wortes zurück. Okay. Hier drin hat es auch eine Quest. Holt die verlorenen Schmiedegegenstände zurück. Ja, wo gehst du jetzt hin? Eine Revolutionäre Idee. Oh Gott, das Wort. Ich zeige euch das Buch, dann könnt ihr es lesen. So. Könnt ihr mal lesen. Okay. Das sind meistens, ja, lustige Geschichten. Ich habe die Siedlung erreicht. Vielleicht brauchen die Leute hier meine Hilfe. Gunter. So oben erfassen sie ihr Gebet. Lockt den Koboldfürst aus seinem Versteck und erschlagt ihn. Und hier haben wir wieder eine Kiste, wo wir Sachen lanken können für die anderen Charaktere. Haben wir noch nichts anderes zum Ausrüsten. Okay. Die Hauptquest machen wir, wenn wir weitergehen ins nächste Gebiet. Noch nicht jetzt. Er schlagt 25 Kobolde und bringt mir ihre Köpfe. Ach ja, jede Quest hat einen Stern oder mehrere Sterne. Und je mehr Sterne und goldene Sterne, desto schwerer ist die Quest. Also könnt ihr schon vor dem Quest annehmen sehen. Ah, die Quest ist noch ein bisschen schwer für mich oder sonst irgendwas. Aber spätestens ab Level 10 oder so sind auch die schwersten Quests lösbar. Hallo du da. Du siehst aber lustig aus. Spielst du mit mir? Und jetzt? Entpacken. Ah, hier haben wir noch eine. Du, holst du mal meinen Teddy wieder? Ich habe da in einer Höhle gespielt und meinen Teddy verloren. Hust ihn mir bitte wieder. Bitte, bitte, bitte. Ja, wir holen den Teddy. Das war eine wichtige Quest. Das müssen wir einfach lösen. Kann doch nicht sein, dass so ein Kind den Teddy verloren hat und ihn nicht mehr bekommt. Das ist eine Schande. Das ist die Lösung dieser Quest. Wird dem Königreich sehr viel helfen. Unglaublich viel. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen hier nach oben. Und geniessen die Aussicht. Leider ist die Sichtweite nicht gerade gross. Aber er braucht schon bei der Ego Perspektive Sichtweite. Und man spielt ja nicht unbedingt so. Halt, rettet die Soldaten von den Räumen. Das ist jetzt eine Zwei-Stern-Quest. Schon ein ganz kleines wenig stärker. Also schwerer. Meine Arme und Ohren sind wegen dem Herz-Herz fast verquetscht. Okay, hier haben wir ein Tempel. Hier sind die verschiedenen Götter. Kibel, Lumen, Forens und hier drinnen die anderen. Gibt es hier drinnen noch was? Geweihter Altar. Kann man nicht die Sprache noch ein bisschen erhöhen. Wir könnten hier ein bisschen runter machen. Oder hier ein bisschen hoch. Ich hoffe, so ist es besser. Ja, in den Brunnen und hier Weihwasser hat es immer Heiltränke drin. Praktisch. Also wenn ihr Heiltränke braucht, Brunnen aufsuchen. Und ihr habt wieder Kuan, Gott des Kriegers. Kärgöttin des Chaos. Und Testa, Gott der Wissenschaft. Und welchen haben wir? Testa, ja. Wir haben den oder die. Was ist denn der? Okay. Ja, und Tag-Nacht-Wessel gibt es auch. Und hier mal ein bisschen bewölkter. Nebelig. Und da drüben sehen wir ein paar Leutchen. Banditen. Also gehen wir. Hallo. Jetzt geht sie auf. Zu dieser Quest. So. Halte dich an Recht und Gesetz. Hier haben wir einen Turm. Eine Windmühle. Oder sowas. Was? Ach, blödes Headset. Ach, blödes Headset. Okay. Hier Wimmels nach Wölfen. Die machen nur noch einen Schaden. Wir haben schon so gute Ausrüstung. Später machen sie natürlich mehr Schaden. Wenn wir ein höheres Level haben. Und die sind auch Level 2 geblieben. Also darum ist es wichtig einfach bei Bronze nicht unbedingt sehr lange in einem Gebiet sein. Wieso ist jetzt DAS so laut? Oh mein Gott. Irgendwie kann man das so schlecht anpassen. Gut, gut. Schwierigkeiten beim Sound anpassen. Das hätte ich jetzt nie gedacht. Äh. Viel Objekt wird attackiert. Alpha Wolf. Okay. Und hier ist der kleine Junge und wir kriegen ihn nicht. Hast du gesehen wie stark der Wolf war? Selbst für einen schwarzen Wolf war der extrem zäh. Danke, dass du mir geholfen hast. Bringst du mich bitte nach Hause? Ich habe immer noch Angst. Okay. Bring ich dich nach Hause. So, jetzt haben wir hier unten noch eine Quest. Ich bin bereit. Ich bin bereit. I bin bereit. Ich bin bereit. Es ist zuvor, wenn ich mich nicht mehr.